Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal wieder eine Trophäe in GTA 5 vorstellen und zwar Aufgemotzte Waffe, modifiziere eine Waffe vollständig. Das Ganze ist wirklich sehr sehr einfach und zwar müsst ihr als allererstes mal zu einem Immunation fahren, da gibt es ja einige auf der Map und als nächstes müssen wir dann logischerweise da reingehen. Dann müsst ihr eine Waffe auswählen und die dann eben vollständig modifizieren. Am besten nehmt ihr da eine Pistole, weil es da halt einfach am günstigsten ist, wenn euch das Geld relativ egal ist und ihr eh relativ viel Geld habt, dann könnt ihr natürlich auch eine andere Waffe nehmen. Hier muss man dann jetzt natürlich erstmal ein größeres Magazin kaufen, das taktische Licht, den Schalldämpfer und dann hier noch die Luxusoberfläche und dann eben auch noch einen Farbton. Ihr seht schon, oben rechts wird es gerade eingeblendet, ich habe die Trophäe auf jeden Fall bekommen. Lasst mir natürlich sehr gerne einen Like da, falls ihr Fragen haben solltet, einfach in die Kommentare damit. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!